So, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute hier zum Webinar, täglich neue Handelsideen präsentiert von Tickmel. Ja, wie immer in den letzten Tagen bin ich nicht Mike Seidel, Martin Görsch mein Name. Ich vertrete den Mike noch diese Woche und nächste Woche. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage gemeinsam, wo wir immer morgens um 8.30 Uhr auf die Märkte schauen und schauen, was sich hier an Trading-Gelegenheiten ergibt. Genau das wollen wir heute auch wieder machen. Was haben wir heute im Blick? Japanische Yen, weiter sehr schwach. Da werden wir einen Blick drauf werfen, wie man, wenn man erkennt, dass ein Markt schwach ist, wie man dann gerade im Forex-Bereich, wo wir ja so viele Währungspaare haben und so viele Cross-Currencies haben, da will ich heute mal ein bisschen zeigen, auf eine ganz simple Art und Weise, wie ich die Entscheidung treffe, welchen Markt ich denn dann tatsächlich auch handele. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte, einen Blick dafür zu kriegen, was denn quasi das ideale Währungspaar ist, was man jetzt handeln möchte, wenn man in einem bestimmten Währungspaar eine Stärke oder eine Schwäche handeln möchte. So, ich hole gerade noch den Chat rein. Dann haben wir nämlich auch das erledigt, dass hier Fragen gestellt werden können. So, hallo, da haben wir es. Holger, hi. British Bound, US Dollar, hast du deine Dauerposition oder was? Schauen wir gerne drauf. Eben, weil dir auf den DAX können wir auch nochmal kurz gucken. Schönen guten Morgen. Okay, aber bevor wir irgendwo drauf schauen, haben wir unsere Pflicht zu erfüllen, hier mit einem Risikohinweis, kleiner Disclaimer, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Und zwar kann das im Extremfall sogar zum Totalverlust führen. Ja, also bitte darauf achten, dass ihr die Märkte, die ihr handelt, gut kennt, dass ihr die Produkte, die ihr handelt, gut kennt und dass ihr euch der Risiken bewusst seid, die ihr eingeht, wenn ihr an den Finanzmärkten handelt. Dann ganz wichtig noch, das, was wir hier heute machen, alles, was ich hier zeige, ist bitte keine Anlageberatung und auch keine Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, sondern das zeigt rein mein subjektives Bild auf die Märkte. Solltet ihr Trades umsetzen wollen, macht ihr das auf eigenes Risiko. Wie immer, einmal kurz der Blick auf die Nachrichten heute. Wir hatten Zahlen hier in Japan. Exporte-Handelsbilanz sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, deutlich besser als erwartet hier. Trotzdem hilft das dem Japanischen hier nicht wirklich auf die Sprünge. Dann hatten wir jetzt um 8 Uhr schon Verbraucherpreisindex und Erzeugerpreisindex in Großbritannien. Auch die besser als erwartet. Britische Fund seit gestern sehr stark. Auch das gucken wir uns gleich nochmal kurz an. Das ist eine interessante Variante. Was haben wir heute noch? Ja, Verbraucherpreisindex in Europa, Verbraucherpreisindex in Kanada und natürlich wie immer die Rohöl-Lagerbestände. Der wichtigste Part heute ist unter Garantie zumindest für alle Dollarhändler und zumindest für alle Aktienhändler das FOMC-Sitzungsprotokoll um 20 Uhr. Ja, es ist auch recht typisch, dass an diesen Tagen, wo FOMC-Sitzungsprotokoll ist, gar nicht unbedingt so viel Bewegung an den Märkten ist. Da werden wir nachher mal schauen, wie das heute aussieht, ob wir da schon Moves haben, heute um halb neun, oder ob es denn dann tatsächlich erst später losgeht. Und viele Marktteilnehmer halten sich dann an so einem Trading-Tag auch zurück, bis quasi dieses Sitzungsprotokoll raus ist und gehen dann erst zum nächsten Tag die neuen Positionen ein. Also das wird auch noch mal interessant werden, morgen um 8.30 Uhr, wie sich dann heute am Abend die Märkte bewegt haben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal direkt in die Charts. Okay, was wollen wir machen? Wir fangen einfach mal an mit dem japanischen Yen. Und zwar habe ich hier mal einen Arbeitsplatz vorbereitet mit den ganzen verschiedenen Währungspaaren gegenüber dem japanischen Yen. Ja, da haben wir also hier den Euro gegen den japanischen Yen, das britische Fund gegen den japanischen Yen, den australischen Dollar gegen den japanischen Yen, den kanadischen Dollar, den Schweizer Franken und hier unten rechts den US-Dollar gegen den japanischen Yen. Das sind so die sechs großen Währungspaare, die wir gegen den japanischen Yen handeln können. Und wenn man jetzt erkennt, dass wir eine Schwäche haben im japanischen Yen, das sieht man halt daran, dass fast alle Märkte, ich hole mal gerade noch mein Zeichenprogramm hier rein, so, ja, dass hier quasi alle Märkte von links unten nach rechts oben laufen im Tageschart. Das heißt, alle Währungen hier bis auf den US-Dollar, der ja im Moment extrem schwach ist, hatten wir uns ja öfter schon angeschaut die letzten Tage, aber quasi alle anderen Währungen laufen hier von links unten nach rechts oben, das heißt, gewinnen gegen den japanischen Yen an Stärke. Ja, das scheint auch erst mal so bleiben zu wollen und das ist deswegen im Moment ganz interessant, weil wir jetzt hier in mehreren Märkten diese Bull Flags bekommen haben. Ja, ich zeige das mal hier im Cut Japanese Yen, hier haben wir es im Swiss Frank Japanese Yen, hier haben wir es im British Pound, hier haben wir es im Euro. Ja, wir haben hier überall diese Bull Flags und dann haben wir das Ganze hier als so quasi Mini-Flagge hier im australischen Dollar, japanischen Yen. Der einzige, der hier wieder nicht mitmacht, ist der US-Dollar. Das heißt, der ist für uns jetzt hier für die Long-Seite erst mal völlig uninteressant. Den können wir also hier rausstreichen, ja, der kommt für uns nicht in Frage. Die übrigen Märkte, die hier alle nach oben laufen, die kommen durchaus für uns in Frage als potenzielle Long-Kandidaten, sage ich mal. Also wie machen wir das jetzt? Ich habe das Ganze hier auf dem Tagesschart, weil das einfach meine Haupthandelsebene ist, das ist meine Hauptsignalebene, von hier kommen die meisten Setups und deswegen schaue ich mir prinzipiell immer erst mal alles auf dem Tagesschart an. Und das Nächste, was ich mache, um so eine Entscheidung treffen zu können, ist mir zum einen anzugucken, was sind jetzt hier wirklich die stärksten Kandidaten gegen den Yen. Und da haben wir hier ganz klar, wenn wir uns das mal gerade anschauen, ja, ganz klar das britische Fund, was jetzt gerade schon dabei ist, hier neue Hochs zu machen oder gerne neue Hochs machen möchte. Und auch hier drüben den australischen Dollar, der auch dabei ist, hier auf dem Tagesschart neue Hochs zu machen. Allerdings sehen wir jetzt auch sofort, im australischen Dollar ist diese Steigung hier relativ dünn, ja, relativ schwach. Im britisch Fund, japanisch Yen, ist diese Steigung hier recht ordentlich, ja, genauso ordentlich ist das Ganze hier im Schweizer Franken und im Euro gegen den japanischen Yen. Da haben wir auch eine recht starke Steigung drin. Allerdings sehen wir, wir sind hier im Schweizer Franken. Ja, da sind wir noch 1, 2, 3 Tage, 4 Tage hier gefallen und befinden uns jetzt hier im Moment noch im unteren Bereich. Wir sind also noch lange nicht hier an den Hochs. Das heißt, britisch Fund deutlich stärker momentan als Schweizer Franken. Und im Euro sieht das Ganze auch ganz nett aus. Das ist vom Setup her auch gar nicht schlecht, weil wir hier gerade dabei sind, aus dieser Bull Flag auszubrechen. Das heißt, die beiden Haupt-Trading-Kandidaten, die im Prinzip jetzt hier für uns in Frage kommen, ist Euro-japanisch Yen und britisch Fund-japanisch Yen. Und für die langfristige Ebene vielleicht auch noch der australische Dollar, einfach weil der jetzt auch gerade dabei ist, hier nach oben auszubrechen. Also wollen wir uns die drei hier noch mal ein bisschen genauer anschauen. Die anderen kommen erstmal für uns jetzt hier nicht in Frage, weil Schweizer Franken, wie gesagt, ist noch unten unter dem Tief hier der letzten 3, 4 Tage. Also von diesen drei Handelstagen befinden wir uns noch unter dem Tief. Das ist also uninteressant. Im kanadischen Dollar ist es genauso. Da sind wir hier auch noch unter dem Tief. Und ich handel immer gerne relative Stärke. Und wenn ich sehe, wir haben hier zwei Währungspaare, die in den letzten vier Handelstagen doch deutlich schwächer waren, als wir das hier jetzt gesehen haben, oder hier, dann fallen die für mich erstmal aus. Dazu kommt natürlich noch, dass wir hier auch gleich wieder den größeren Widerstandsbereich haben. Der befindet sich hier im kanadischen Dollar. Und damit sind dann auch unsere Gewinnpotenziale hier auf der Oberseite erstmal direkt wieder begrenzt. So, jetzt haben wir also diese drei Währungspaare, die wir uns hier anschauen. Und da fangen wir einfach mal an mit dem Euro-japanischen Yen, hier oben links. Und das Einfachste, was wir jetzt machen können, um abzuschätzen, ob wir hier nach oben überhaupt noch Luft haben, ist, wir gehen in den Wochenchart rein. Ich habe jetzt also gewechselt vom Tageschart in den Wochenchart. Und jetzt sehen wir sofort, dass wir am Wochenchart hier ein Widerstandslevel haben, nämlich dieses alte Hoch. Und das ist genau das Hoch, was wir hier auch zuletzt angelaufen haben mit dem Euro-japanischen Yen. Da haben wir also hier bei 1,2680 und dann auch nochmal direkt hier oben drüber diesen Bereich. Also hier haben wir ein sehr starkes Widerstandsniveau im Markt. Das ist nicht unbedingt ideal. Also hier schon mal ein kleines Fragezeichen an Euro-japanisch Yen. Wie sieht das Ganze aus im British Fund-japanisch Yen? Ich gehe hier mal wieder auf den Daily. So, im British Fund-japanisch Yen. Auch hier gehen wir auf den Wochenchart. Oh, und da sehen wir, okay, hier haben wir doch ein bisschen mehr Platz. Ja, zumindest bis zum ersten Widerstandsbereich haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Und der nächste Widerstandsbereich, der liegt dann tatsächlich erst hier oben drüber. Das heißt, wir haben hier zwei Kursziele. Eins, was relativ dicht dran liegt, vom Wochenchart her gesehen, und eins, was doch ziemlich weit weg liegt. Gefällt mir aber ganz gut, weil wir hier eine sehr dynamische Abwärtsbewegung gesehen haben und ja auch gesagt haben, hey, okay, wenn wir dann über so einen Bereich hier hinauslaufen, dann haben wir auch gute Chancen, auf der anderen Seite wieder eine recht dynamische Aufwärtsbewegung zu sehen. Also insgesamt ist das hier gar nicht so schlecht. Das gucken wir uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer an. Das Gleiche machen wir jetzt noch mal kurz im australischen Dollar, japanischen Yen. Da schauen wir hier auch noch mal auf den Wochenchart und da sehen wir, auf dem Wochenchart sieht das Ganze auch sehr interessant aus, weil wir sind jetzt im Moment hier an diesem Widerstandsbereich. Da sind wir aber schon dabei, wenn wir hier drüber laufen, nach oben auszubrechen und der nächste Widerstand, der wartet dann tatsächlich erst hier oben. Also auch das sieht interessant aus. Also haben wir jetzt ziemlich genau festgelegt, den australisch-dollar-japanischen Yen. Der ist schön, hatten wir uns vor ein paar Tagen ja auch schon angeguckt, das Setup. Der ist hier schön für einen Dreiecks-Breakout im Wochenchart mit eben dem Zielbereich dann hier oben. Ja, hier in diesem Bereich. Das finde ich ein sauberes Setup. Kann man sich jetzt auch im Tageschart noch mal anschauen. Ja, das Ganze sieht dann also im Tageschart so aus, dass wir hier das Ausbruchslevel haben. Ungefähr bei 76,80, wenn wir hier zur Oberseite nach oben durchlaufen, wäre das ein Zeichen, dass dieser Ausbruch aus dem Dreieck hier funktioniert. Können wir hier mal noch ein bisschen ranholen. Und dann hätten wir hier die Ziellevel vom Tageschart. Ja, da haben wir hier ein kleines Widerstandslevel. Ich mache das mal in Rot. Ja, und dann haben wir noch hier oben das nächste Kleine. Das heißt, die Ziele, die wir hier hätten, rein charttechnisch, wären 78,20 und 79,85. Das sind so die beiden Zielbereiche für diesen Ausbruch nach oben. Und jetzt muss einfach jeder für sich selber sehen, wie aggressiv oder wie defensiv möchte er das Ganze handeln. Wenn wir uns hier die großen Swings anschauen, um die es hier geht. Ja, ich trage hier einfach mal die Swings aus dem Tageschart ein. Da sieht man auch, wie schön dieser Trend läuft. Ja, wir machen hier keine Überschneidungen, dass wir irgendwo mal unter ein altes Tief laufen. Das sind im Prinzip die großen Swings. Das heißt, wer defensiver handeln möchte, der sollte seinen Stopp hier an diesem Bereich haben. Ja, wer jetzt sehr aggressiv handeln will und das Ganze auf dem Tageschart mit einem sehr kleinen Risiko umsetzen, der hat auch noch die Möglichkeit, diese Range hier zu nehmen. Ja, und den Stopp hier wirklich sehr aggressiv schon unter diese Range zu setzen. Ja, auch das wäre möglich, weil wenn wir jetzt hier nach oben rausgehen ja, und dann wieder zurückkommen, dann sind wir hier, wenn dieses Stopp-Level gerissen wird, auch schon aus dem Dreieck wieder nach unten ausgebrochen. Dann ist das so ein typisches, so ein typischer Fehl-Breakout. Ja, also auch das wäre möglich, dann hier nach nach unten abzusichern. Ja, das ist also die Variante Australisch-Dollar-Japanischer-Yen und dann hatten wir ja noch gesagt Britisch-Fund-Japanischer-Yen, da gehen wir auch noch mal auf den Daily. Ja, da ist der ideale Einstieg hier quasi schon gelaufen. Ich sage mal, ideal wäre gewesen hier ja, den Ausbruch aus der aus der Burr-Flag. Das ist hier ja, so 139,70. Das wäre ein schönes Einstiegssetup gewesen. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen höher, hier noch über dem hoch. Da kann man jetzt natürlich auch Retracements drauf handeln. Ich mache das noch mal in Pink hier, unsere Signalfarbe. Ja, hier kann man also jetzt auch in der kleineren Zeitebene dann noch eventuell Retracements handeln, hier im Stundenchart, wenn wir noch mal auf dieses Niveau draufsetzen oder auch hier oben in dem Bereich 77, auch das ist noch gut möglich. Das sind also ja, Feinheiten, wo jeder im Prinzip immer selber entscheiden muss, wie möchte er das Ganze handeln, möchte er das überhaupt handeln. Aber insgesamt sieht das gar nicht so verkehrt aus. Jetzt können wir hier auch noch mal auf den Bereich der Ziele schauen. Und da hatten wir ja gesagt, das weite Kursziel, das liegt dann hier oben so im Bereich 1,44. So. Ja, da liegt ein Widerstandslevel hier oben. Also von daher, auch wenn man die Stops jetzt hier ein bisschen enger oder ein bisschen weiter setzt, wir sind auf dem Tageschart, man könnte dann Stopp hier setzen an dieses Tief, man könnte seinen Stopp auch ganz aggressiv hier setzen. Das ist am Ende relativ egal, ja, weil wenn wir uns das anschauen, dann haben wir auf jeden Fall, selbst wenn wir den weiten Stopp nehmen, hier, ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist das Risiko, was wir nehmen würden. Das wäre der Zielbereich, den wir hier hätten. Das ist ein ganz hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Also sowas kann man durchaus hier handeln, ja. Okay. Mein Hart, guten Morgen. Nee, der Gersh-Trend wurde natürlich noch nicht geteilt und ich habe auch gestern festgestellt, dass ich heute noch ein großes Webinar habe um 18 Uhr, ein Forex-Webinar und deswegen konnte ich das gestern auch noch nicht auf die Website packen, weil ich das heute dann noch, das Webinar für heute noch vorbereiten musste. Das kommt also noch, ich werde das gleich im Anschluss mal hier in den Chat packen. Also wenn ihr gleich nochmal hier auf der Tickmill-Deutsch-Seite in den Chat unten guckt, dann findet ihr da den Link zum Indikator. Okay. So, was wollten wir noch machen? Holger ist schon genervt vom Warten auf den Ausbruch Aussie-Dollar-Japanese-Yen. Ja, schauen wir mal, ob der noch kommt. Das ist natürlich, wenn wir uns das anschauen hier auf dem Tageschart, ja, wir haben natürlich im Moment hier das Problem, dass wir in der Stochastik auch wieder relativ weit oben stehen. Ja, dass es nicht so ideal ist. Wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn wir hier ein Ausbruchslevel kriegen, wo die Stochastik noch irgendwo bei 60, 70 liegt, so, das wäre perfekt gewesen. Wir sehen aber, dass wir häufiger, wenn wir mit dieser Stochastik hier in den überkauften Bereich kommen, ja, dass wir dann gerne erst mal drehen. Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn wir in diesem überkauften Bereich sind und sehen hier die Schnittpunkte zwischen Indikator und gleitendem Durchschnitt, der hier läuft, ja, wie das hier jetzt auch gerade wieder passiert, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, ja, dass wir erst mal wieder ein bisschen zurückkommen. Ja, schaut euch das hier an. Die ganzen letzten Male, wo wir hier oben in diesem Bereich geschnitten haben, sind wir doch erst mal wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja, und das wäre natürlich deutlich schöner, dann so ein Ausbruch hier zu sehen in einer Indikator-Situation, die nicht unbedingt hier überkauft ist. Das Einzige, was jetzt noch ganz gut ist hier, ist, dass der RSI wieder ein bisschen runtergekommen ist, sich erholt hat, nicht so überkauft ist, wie wir das hier hatten in der Situation. Das wäre noch schlechter, aber das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum hier auch so ein bisschen die Dynamik fehlt. Ja, aber wir werden sehen, ob die kommt im Ausbruch. Okay, dann hatten wir ja gesagt, wir werfen noch mal einen Blick auf British Pound USD. Ja, da hatten wir uns ja hier diese Bull Flag auf dem Weekly angeschaut, hatten jetzt auch gesehen, dass hier der Ausbruch kommt, der ist dann gestern hier auch erfolgt. Deutlicher Ausbruch nach oben, ja, sehr, sehr kräftig. Mit Divergenzen wäre ich jetzt hier vorsichtig, weil wir quasi hier noch in the making sind. Ja, das sieht natürlich so aus, als wenn wir jetzt hier eine bärische Divergenz bekommen könnten. Ich will die einmal hier anzeigen auf dem Tageschart. Ja, so, aber dafür müssten wir dann auch tatsächlich sehen, dass der RSI hier weiter nach unten kommt und der kommt natürlich nur weiter nach unten, wenn auch der Preis wieder deutlich nach unten kommt. Solange wie das britische Pfund jetzt hier einfach im Preis weiter steigt, ja, kann es natürlich sein, ja, vielleicht sehen wir heute hier eine grüne Kerze und morgen auch wieder eine grüne Kerze und dann wird dieser RSI eben hier auch wieder nach oben drehen und wenn der dann ein neues hochgemacht hat, dann ist alles das, was sich jetzt hier an bärischer Divergenz erkennen lässt, dann auch wieder hinfällig. Und von daher muss man da ein bisschen aufpassen. Ich sehe hier zumindest erst mal im Trendindikator, dass seit drei, vier Tagen hier die Dynamik auch wieder zunimmt. Ja, wir sind auch hier kurz davor, auch in der Dynamik ein neues hoch zu machen. Das wäre auch wieder bullisch zu werten kurzfristig. Ja, also im Moment sieht das britische Pfund hier recht stabil aus. Und das ist ja auch der Grund, warum heute britisch Pfund, japanisch Yen die Währungsvariante ist, die hier am dynamischsten läuft, weil das britische Pfund einfach auch seit gestern sehr, sehr stark geworden ist. Also es ist immer wichtig, auch auf das gesamte Bild zu schauen. Ja, und diese Divergenz, die wird halt erst interessant, wenn wir wirklich im RSI hier den nächsten Knick nach unten sehen und auch wieder unter die 70 laufen. Wenn dann diese Divergenz noch bestehen bleibt, dann sehen wir vielleicht auch wieder eine größere Korrektur im britischen Pfund. Aber jetzt erst mal wäre ich vorsichtig damit, diese Divergenz hier als Grund zum Shorten zu nehmen. Okay, dann möchte ich eine Sache noch schnell zeigen, bevor wir auf die Indizes schauen. Und zwar im Silber, ja, sehr, sehr dynamisch gelaufen in der letzten Zeit. Wir hatten uns das ja angeschaut und hatten ja auch gesagt, hey, wenn wir in so eine parabolische Aufwärtsbewegung hier reinlaufen, ja, dann ist es häufig so, dass diese Retracements hier sehr extrem verlaufen, sehr dynamisch verlaufen. Das haben wir hier gesehen auf dem Tageschart, ja, wenn wir uns die Sequenz hier anschauen, dann haben wir gesehen, wir sind in diesem Rücksetzer haargenau in den Kaufbereich reingelaufen. Ich habe den ja hier in grün markiert, das hatten wir uns angeschaut. und wir sind jetzt in einer sehr interessanten Situation hier auf dem Tageschart. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Wir sehen auf jeden Fall ganz klar, seit hier, ja, sind wir im Trendindikator klar bullisch, sind auch die ganze Zeit bullisch geblieben und wenn wir uns das mal anschauen, trotz dieser großen Korrektur, die hier gelaufen ist, wie stark eigentlich dieses Aufwärtsmomentum hier noch gewesen ist, dann sieht man auch sofort, dass das ein hervorragender Grund ist, hier in diesem Kaufbereich eine Longposition aufzubauen, weil wir einfach sehen, dass wir im Trendbereich immer noch extrem stark sind. Jetzt haben wir hier eine zweite Möglichkeit bekommen oder bekommen die gerade, nämlich, wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir hier ein Dreieck, haben hier einmal kurz zum Break gesehen, der an dieses Widerstandslevel hier gelaufen ist, wirklich punktgenau an dieses Widerstandslevel, wieder deutlich retraced hat und jetzt wieder quasi dieses Ausbruchslevel getestet hat und im Moment befinden wir uns hier noch im Test des Ausbruchslevels. Die Tageskerze ist rot, das heißt, im Moment haben wir hier leicht fallende Kurse, dafür gehen wir jetzt mal in die kürzere Zeitebene hier und zwar in den Vierstunden Chart, da sehen wir das auch noch mal ganz schön, wir haben also hier dieses Widerstandslevel, da sind wir also schön drangelaufen, sind von hier wieder runtergekommen und sind jetzt eben hier im Test von diesem alten hoch, also nehmen wir mal die hier, packen die hier hin, ja, wenn wir die Dochte hier weglassen, dann ist das hier das alte hoch, wichtiger Bereich, ja, hier haben wir das alte Tief, ganz hervorragend und jetzt geht es einfach drum, auf dieser kleineren Zeitebene eine Möglichkeit zu finden, hier einen Einstieg zu kriegen, wenn man denn da handeln möchte und da bietet sich zum Beispiel aktuell hier an, eine Bullflag zu traden, das ist die Bullflag, da haben wir gestern hier so einen kleinen Ausbruch reingesehen, es ist also wichtig zu sehen, dass wir hier unten einen sehr interessanten Unterstützungsbereich haben und den könnte man sogar wenn man ganz aggressiv traden will hier als Stop Level verwenden, das ist aber wirklich aggressiv, zumal man, wenn man sich anschaut, wie hoch die Volatilität hier im Silber momentan ist, ja, wir könnten das Ganze also auch hier unten hinpacken, das ist die etwas sicherere Variante und man würde dann im Prinzip darauf setzen, dass sich diese alte Trendbewegung, die wir hier gesehen haben, dass sich diese alte Trendbewegung weiter fortsetzt, ja, Sequenzen sind diese hier, dann haben wir hier eine ABC-Korrektur auf dem 4-Stunden-Chart gesehen und laufen jetzt hier wieder in diese neue Trendrichtung, oder in diese alte Trendrichtung, und das wäre das, was man rein aus der Trendanalyse jetzt hier erwarten könnte, nämlich, dass wir aus dieser Bull-Flag nach oben ausbrechen, über dieses letzte Hoch hier gehen und den Trend eben in die Aufwärtsrichtung weiter fortsetzen. Ja, da muss man damit rechnen, dass wir in diesem Bereich hier nochmal ein bisschen Widerstand bekommen, hier, ja, das wird nicht so einfach werden, da einfach durchzugehen, aber prinzipiell, wenn die Trendbewegung sich weiter fortsetzt, dann wäre das eine Möglichkeit zu handeln. Den genauen Einstieg jetzt hier zu bestimmen, das ist auch wieder Aufgabe jedes Traders selbst, ja, da muss auch wirklich immer jeder genau gucken, was passt denn zu seinem Handelssystem, wenn man jetzt kurzfristig arbeiten will, vielleicht mit den Stops hier unten, dann könnte man mal schauen auf dem Stundenchart, wie sind denn auf dem Stundenchart hier die letzten Abwärtssequenzen, ja, und da haben wir natürlich einmal diese große hier, die ist ganz interessant, und dann laufen wir hier in diese kleinen rein, so sieht das im Moment aus, und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit auf Kurse zu warten, die zumindest über dieses letzte Hoch mal gehen, oder vielleicht sogar hier über die 28, dass man zumindest sieht, dass die Marktteilnehmer hier wieder kaufen, ja, und man muss ja auch einfach ein bisschen vorsichtig sein, jetzt, weil wir in der kleinen Zeitebene hier schon dabei sind, aus dem Aufwärtstrend rauszufallen, in den Abwärtstrend zu gehen, ja, und wenn man sich das anguckt, auch in der kleinen Zeitebene reagiert dieses Teil relativ zügig, ja, hier sind wir mit dem Ausbruch unter das Tief sind wir hier schon in den Abwärtstrend gekommen, und hier mit dem Ausbruch recht schnell, dass wir hier die neuen Trends erkennen, und jetzt sind wir gerade an einem möglicherweise Wendepunkt, und das sollte man jetzt doch ein bisschen genauer beobachten, wenn wir aber eben drauf warten, dass es hier zumindest erstmal neue Hochs gibt, dann haben wir hier eine Möglichkeit, auch den Trendindikator schon wieder deutlicher grün zu sehen, ja, auf den 4 Stunden sehen wir, ja, da wird es auch langsam schwierig, wir sind hier in den Bereich gelaufen, wo die Dynamik quasi raus ist, wir sind zwar noch grün, aber die Dynamik geht raus, und sauber ist das Ganze noch auf dem Tageschart, ganz klar, und auf dem Wochenchart, ganz klar, ja, logischerweise, wenn man sich die Bewegung anschaut, dann sind die Retracements, die hier auf dem Wochenchart gelaufen sind, völlig mal, wir haben nicht mal den letzten Hoch Bereich getestet hier, also das ist weiterhin eine deutliche Stärke, und deswegen finde ich das auch nach wie vor interessant, hier zu schauen, wie sich die Märkte verhalten und ob man noch mal eine Möglichkeit findet, wenn es sich denn nach oben weiter entwickelt, das Ganze weiter zu verfolgen. Ah, Ludger, super, vielen, vielen, vielen Dank, ja, das ist Trading Indicators. Okay, so, dann haben wir gesagt, wir werfen noch einen abschließenden Blick auf die Indizes, da nehmen wir uns dann nämlich auch gerne noch mal den DAX raus, da kam ja die Frage, wie ich denn den DAX heute sehe, also, ich fange immer gerne mit den US-Indizes an, ja, da haben wir ja im Moment hier als Musterschüler den Nasdaq, da hatten wir uns hier diese Bullflag angeschaut, gesehen, der Ausbruch aus der Bullflag ist gekommen, dann hatten wir hier vorgestern schon den Close direkt an diesem All-Time-High und gestern sind wir dann auch direkt über das All-Time-High gegangen, haben hier also ein neues Allzeithoch ausgebildet und haben eine sehr dynamische Entwicklung wieder gesehen. Jetzt wäre es nicht verwunderlich, wenn wir heute wieder ein bisschen Schwäche reinkriegen, ja, das Ganze vielleicht dann hier nochmal diesen Ausbruchsbereich oder den Bereich dieses Kauflevels hier testen, bevor es dann in die Trendrichtung weitergeht, da muss man immer mit rechnen, also direkt nach einem All-Time-High, nach einem super bullischen Tag, einfach Marke zu kaufen, ist meistens nicht die schlauste Idee. Gucken wir noch mal ein bisschen, wie das in den anderen Märkten aussieht. der S&P 500 ganz wichtig, der kämpft hier immer noch mit dem All-Time-High, ja, das sind inzwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, der siebte Handelstag, wo wir mit diesem All-Time-High kämpfen, wir befinden uns am All-Time-High und es kommt einfach keine Dynamik auf nach oben, ja, also bevor wir hier neu kaufen, wollen wir erst mal sehen, dass wir eine Dynamik kriegen über dieses Allzeithoch, ansonsten, ja, wir sehen, RSI ist im Grenzbereich, Stochastik ist im Grenzbereich, muss man einfach damit rechnen, dass wir an dieser Stelle hier Retracements sehen. Der schwächste Kandidat von diesen drei Indizes, die wir hier immer anschauen, ist der Dow Jones, ja, das sehen wir, wir sind noch lange nicht am All-Time-High, da ist also noch kräftig Platz nach oben, der hat sich noch nicht weiter erholt und wir sehen auch, dass der Ausbruch über dieses letzte Widerstandslevel hier zum einen ja nicht besonders dynamisch war, der ist sofort innerhalb des Tages wieder abverkauft worden und wir haben hier im unteren Bereich geschlossen und jetzt haben wir hier im Prinzip seit 1, 2, 3, 4, 5, heute den sechsten Handelstag, Kurse, die innerhalb dieser Ausbruchskerze liegen, ja, auch das ist jetzt nicht so besonders bullisch zu werten, wenn man gerne kaufen möchte, hier hat man hier die Möglichkeit quasi den Ausbruch aus dieser Flag zu nehmen und wenn wir das nochmal ein bisschen vergrößern und uns das hier anschauen, dann wäre im Prinzip der Ausbruch aus dieser Kerze hier von gestern wenn wir hier nach oben rausgehen wäre das eine Möglichkeit hier eine Longposition zu etablieren für einen weiteren Ausbruch über das hoch und dann vielleicht auch irgendwann mal den Anlauf ja hier in diesen Widerstands Bereich hier oben ja das fehlt im Prinzip noch dass wir hier den Ausbruch sehen und dann die Dynamik hier oben rein in den Bereich 29.400 Punkte ok was heißt das für den DAX naja also wir sehen wir haben einen Kaufkandidaten Nasdaq im Retracement wir haben einen Kaufkandidaten S&P 500 im Breakout wir haben einen Kaufkandidaten Dow Jones im Breakout wobei es hier tatsächlich so ist der Dow ist jetzt mal wieder der schwächste Kandidat der schwächste Marktteilnehmer den wir hier im Bereich der Indizes haben deswegen wäre das nicht unbedingt mein präferierter Kauf wie sieht das ganze für einen DAX aus nicht schön ja also im DAX wäre ich hier jetzt ganz vorsichtig mit Long Position wir sehen die die Mehrzahl der letzten Handelstage ist rot wir haben also prinzipiell hier eher Abverkäufe wir sehen es auch gestern der DAX hat versucht über dieses letzte hoch hier raus zu gehen hat das nicht geschafft ist kläglich gescheitert draußen haben und heute sind wir auch den gesamten Handelstag hier schon wieder abwärts gerichtet sieht nicht gut aus ich sage mal wenn dieses Level was jetzt hier grün markiert ist wenn dieses Level hier bricht um 12.780 Punkte dann hätten wir deutlich Druck zur Unterseite zu erwarten vielleicht Punkte also der DAX sieht im Moment hier alles andere als Bullish aus wir haben hier auch ein ganz wichtiges Widerstands Level das ist hier einmal zweimal dreimal angelaufen worden alleine das wäre schon ein Ausschlusskriterium jetzt für mich hier eine Long Position zu nehmen ich würde im DAX tatsächlich eher vielleicht als Hedging Position für irgendwelche Long Trades die noch laufen auf US Einzelaktien oder so kaufen und schauen ob man hier vielleicht 200 Punkte auf der Unterseite mitnehmen kann als hier zu versuchen irgendwo Long Position aufzubauen schauen wir auf den Trend Indikator da sehen wir der ist zwar noch grün aber hier schon klar abwärts gerichtet da geht die Dynamik raus selbst an den Tagen wo wir hier noch mal neue Hochs gemacht haben und deutlich grüne Kerzen gesehen haben selbst an den Tagen geht die Dynamik hier zurück da sehen wir das geht das Ganze los und ab dem nächsten Handelstag sind wir hier rückläufig wir haben hier die negative Kreuzung von der Stochastik im überkauften Bereich wir haben hier ein RSI der feilende Hochsmacht wir Hochsmacht also ganz ehrlich im DAX sieht das nicht bullisch aus also wenn ihr irgendwas kaufen wollt dann orientiert euch an den US Markt die sind deutlich stärker im Moment wenn ihr was verkaufen wollt dann gibt es auch noch schwächere Kandidaten wir haben hier den UK 100 da sehen wir auch sehr schön wie der tiefere Hochsmacht der hat sich überhaupt nicht gut erholt da ist der große Widerstandsbereich dieser hier gewesen das ist der große Widerstandsbereich wir sind nicht mal bis an den Widerstandsbereich gelaufen machen jetzt hier seit einiger Zeit schon neue Tiefs und tiefere Hochs hier wäre die logische Konsequenz dass die Bewegung hier nach unten weiter geht vielleicht noch mal bis in diesen Unterstützungsbereich hier unten rein das sieht also bärisch aus dann haben wir hier einen sehr schwachen spanischen Index das Bild noch schwächer als im UK hier oben ist der große Widerstandsbereich auch hier haben wir noch mal einen wichtigen Widerstandsbereich hier mit dem Gap Close nicht im Ansatz dahin gelaufen jetzt kriegen wir hier nochmal ein Doppel hoch aber kriegen hier eine Sequenz von Fallenden Hochs kriegen hier eine Sequenz von Fallenden Tiefs auch hier wäre der nächste logische Schritt hier unten vielleicht in diesen Bereich rein zu laufen also auch das sieht absolut bärisch aus naja die italiener die halten sich ein bisschen besser die franzosen halten sich ein bisschen besser aber so richtig toll sieht das hier alles nicht aus bisschen bullisch haben wir 20.300 punkte geht könnte interessant sein aber wir sehen das ist hier alles widerstands level deswegen kommen wir hier auch nicht so richtig weiter das ist also auch nicht so super am besten ist dann hier noch auf der oberseite zu nehmen der australische index ja auch der hängt zwar gerade am widerstands bereich aber ja wir haben hier ein schönes dreieck was sich hier entwickelt na und hier wäre ein ausbruch auf jeden fall bullisch man muss aber berücksichtigen dass wir hier dann den nächsten widerstands bereich haben ja da wäre aber erstmal noch ein bisschen platz nach oben ok also so sieht das momentan in den Indizes aus schweizer index auch ganz interessant der hat ein neues hoch gemacht der ist hier über dieses letzte hoch drüber gegangen hat dann aber hier eine top bildung generiert kommt jetzt von oben in das dreieck das heißt hier ein ausbruch nach unten könnte auch interessant werden vielleicht nochmal für schwächere kandidaten die vielleicht ein bisschen dankbarer sind auf der abwärts seite gut das wäre es dann für heute gewesen ich glaube wir haben einen ziemlich umfangreichen überblick gehabt über die einzelnen märkte sind wir mal gespannt wie die yen währungen weiter laufen sind wir mal gespannt wie silber weiter läuft schauen wir uns morgen an und dann werfen wir natürlich auch morgen um 8.30 wieder einen Blick auf die Indizes bis dahin wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag und bis morgen macht's gut und bye bye